Du bist so ein Penner, Alter! Ohne Witz, Mann. Das sind so ne Lappen, äh, ich nehm mal Pionier mit. Evan, du weißt. Achtung. Jetzt rutscht ich euch ja da daneben. Warte, ich spring raus und nehm einen. Ich glaub, du schießt was ab, wa? Nein. 20, 20, 17, 18. Ja, müsst ihr schaffen. Ja, schaff ich. Guck nicht da. Ey, bleibt stehen. Zeig lieber ein. Dann kann ich schon wegfliegen. Lass mich mal hinter so einen roten raus. Nein, hier nicht. Wir kommen hier als nächstes hin. Geh zu so einem roten. Da rennen sie ja gleich hin, die Lappen. Hier aus. Ich bin immer der, der aussteigt und du bist mein Taxi. Okay. Okay. Weiter. Achtung. Das Einsatz ist der Drehzahlung. Das sah cool aus, muss ich sagen. Oh oh, hier ist was. Ich steig hier aus. Fahr du weiter. Oh oh, du bist gleich weg. Du bist gleich weg. Komm. Harte. Achtung. Das Einsatz wurde gerade bei der Drehzahlung. Haha, einen habe ich. Zwei habe ich. Neutralisiere schon mal ein bisschen, dann ist er abgelenkt. Ich muss mich abholen, ich renne weg, ich renne weg, ja ich renne weg, weil die kommen jetzt auf mich zu gerannt. Ich bin an der Straße. Schnell hier. Schnell runter, runter, runter. Weg hier. Spasten. Schön zu zäh. Alter. Wir springen hier raus. Du kannst aber mal ein bisschen spotten oder wenn du was siehst. Irgendwie so, weil die können hier. Oh, was ist das denn, Alter. Was ist los, was ist los, was ist los, Alter. Junge, 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 was kommt denn da, Alter. Das ist einer der Joint. Ja, ach nee. Ich weiß. Ich weiß. Ja, aber wie der Joint, Alter. Ist das... Ey, sei leise, Junge. Nächstes. Ja, lass mich mal oben raus, lass mich da oben raus. Genau. Wirklich mal lieber zu... Da unten ist einer. Wo hin dir? Sauber. Und weg, 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 weg. Zwei Stück kommen auf dich zu. Einer hab ich stark angehütet. Bleib weiter an. Noch seh ich nix. Pass mal. Warte. Ah, da auf der Seite. Wo ich grad bin, läuft einer. Okay, jetzt bei mir kommt einer. Und auf der anderen Seite müsste auch keiner kommen. Steck ein. Ich glaub, ich hab ihn gesehen. Hab ihn. Hab ihn. Weiter geht's. Boah, Double-Kir, Junge. Geil. Uiuiui. Was war das? Okay. Ja, egal. Kommt auch mal vor. Da unten ist einer. Warte. Was? Ich hol den. Martin. Irgendwas schießt aber hier auf dich. Was? Kevin? Hinter dir. Mach mal den hier wie besser. Von den Heli. Hab ich. So, du bist bereit? Ja. Warte, da ist grad ein abgesprungen. Den hol ich mir. Oh fuck. Den hol ich mir. Richtig fail, Alter. Richtig fail gerade. Mein Fallschirm. Ich bin auf dem Container gelandet. Mein Fallschirm hat sich geschlossen. Ich bin runtergerutscht und bin gekrepiert. Link da. Warte. Jetzt raus. Die sind im Haus. Frei ausgestiegen? Ja, ist klar. Die sind im Haus. Hab ich schon. Hab ich. Bin dann hier von gestern, oder? Ist ein Panzer. Auf dem Haus. Ne, doch nicht. Schon gut. Auf dem Haus. Schon gut. Aristotle. Joshua. Ich bin hier. Ich bin hier von 14 an. Ich bin hier von 2 Minuten. Den hier von 14 an. Ich bin hier von 15 an. Ich bin hier von 15 an. Oh man ey, die hocken aufm Dings, aufm Dach. Aufm, 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 aufm. War doch nicht schlecht alter. Naja, naja, ist ein paar mal verkackt aber sonst. Jetzt bin ich es wieder, du kleine Marder. Natürlich. Er hat sich genauso viel geholt. Ja, weil du ja so schlecht warst. Am Anfang lief alles perfekt, wirst du dich immer geh-holen lassen hast von Heli. Da musste ich natürlich versuchen... Irgendwoll nicht mein Lieben.